Hallo, mein Name ist Axel Händler. Ich bin System-Marketing-Manager bei Siemens. Ich möchte Sie in den kommenden Minuten mit unserem Servo-Antriebssystem Synamix S210 vertraut machen. Ein echtes Highlight. Bei diesem Servosystem legen wir den Schwerpunkt auf hochdynamische Servolösungen. Diese Lösungen findet man häufig in Handhabungssystemen und Verpackungsmaschinen, aber auch in zahlreichen unterschiedlichen Maschinenbauanwendungen. Unser System umfasst einen hochdynamischen Servo-Antrieb und Servo-Motor. Alle Komponenten werden über die Einkabel-Technik angeschlossen. Damit wird der Motor mit Energie versorgt, dem Antrieb das Geber-Rückmelde-Signal geliefert und die mechanische Bremse des Motors angesteuert. Um die hohen Anforderungen an die Motion Control-Funktionalität zu erfüllen, arbeitet das System perfekt mit unseren SIMATIC S7-1500-Steuerungen zusammen, und zwar via Profinet-Kommunikation. Durch die Verwendung der Motion-Technologie-Objekte der SIMATIC-Steuerung ist die Inbetriebnahme des Antriebs so einfach wie nie zuvor. Zusätzlich liefern wir Ihnen die Funktion One-Button-Tuning zur automatischen Optimierung Ihrer gewünschten Regeldynamik. Sogar Gutes kann man noch verbessern. Deshalb erweitern wir die zugehörigen SIMATICS S1FK2-Motoren um die Option eines bereits montierten Planetengetriebes. Damit können Sie die benötigte Drehmoment-Drehzahl-Kennlinie jetzt noch besser anpassen. Erweitern Sie die ursprüngliche Bestellnummer des Motors einfach um einige Stellen und schon erhalten Sie eine bereits komplett montierte und getestete Servo-Planeten-Getriebe-Motor-Lösung. Neben den Planetengetrieben können natürlich auch Getriebeeinheiten unserer Simo-Gear-Familie über einen Adapter an SIMOTICS-Motoren angeschlossen werden. Der neu entwickelte Servo-Motor SIMOTICS S1FT2 erweitert unser bestehendes Motorenportfolio für das Servosystem SINAMIX S210. Jetzt bieten wir Motoren mit einer Vielzahl unterschiedlicher Optionen an und zwar auch in den gleichen Gehäusegrößen wie die verfügbaren S1FK2-Motoren. Einige Beispiele. Zur Verbesserung der Systemgenauigkeit bieten wir jetzt Geber mit einer hohen Auflösung von bis zu 26 Bit an. Für den Einsatz in rauen Umgebungen sind eine höhere Schutzart bis IP67 und verschiedene Motorlackierungen verfügbar. Darüber hinaus verbessert eine höhere Bemessungsdrehzahl sowie weitere Optionen unsere Motorlösung für Ihre Maschine. Das ist er, der neu entwickelte Edelstahl-Motor SIMOTICS S1FS2 in hoher IP69-Schutzart mit hochauflösendem 22 Bit Absolute Multi-Turn-Geber und der für das S210-System typische Einkabelanschluss. Dieser Servo-Motor erfüllt die hygienischen Anforderungen für die Pharma, die Lebensmittel und die Getränkeindustrie. Seine typischen Anwendungen sind zum Beispiel Mischen, Abfüllen, Bewegen, Verpacken und vieles mehr. Wenn es um Auswahl und Engineering geht, ist unser System ein integrierter Bestandteil der Totally Integrated Automation Tools, kurz TIA Tools. Das TIA Selection Tool unterstützt Sie bei der Auswahl der richtigen Motoren und Antriebe, je nach geforderten Lastdaten und Bewegungsprofilen. Um die Engineering-Zeit des kompletten Antriebs- und Automatisierungssystems zu verkürzen, bieten wir mit TIA Portal eine gemeinsame Plattform für den gesamten Inbetriebnahme- und Engineering-Prozess. Kurz gesagt, das Servo-Antriebssystem Synomics S210 ist eine hochdynamische Servolösung für eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen, zum Beispiel in den Bereichen Handhabung, Verpackung und Maschinenbau. Mit den neuen Servo-Planeten-Getriebemotoren haben wir jetzt eine fertig montierte, systemgetestete Getriebellösung für unser Servo-Antriebssystem. Mit dem neu entwickelten Servomotor Simotix S1FT2 inklusive seiner unterschiedlichen Optionen bieten wir Ihnen eine Lösung, die Ihre Anforderungen perfekt erfüllt. Und mit unserem neuen Edelstahlmotor Simotix S1FS2 öffnen wir die Tür für den Einsatz unseres Systems in Pharma- und Lebensmittelanwendungen. Dank vollständiger Integration in unsere TIA Software-Landschaft unterstützen wir Sie mit Software von der Auswahl bis hin zum Engineering- und Inbetriebnahmeprozess. Mit unserem Servo-Antriebssystem Synomics S210 bieten wir Ihnen ein Komplettsystem, von Simatik-Steuerungen über unsere Synomics-Antriebe bis hin zu Simotix-Motoren mit den zugehörigen Getriebeeinheiten. Alles aus einer Hand, alles von Siemens.